Hallo ihr da draußen. Im Moment kann ich euch ja gar nicht so treffen wie vorher und es ist schwieriger mit mir in Kontakt zu kommen. Deswegen dachte ich, ich gebe euch mal einen anderen Weg mit mir zu kommunizieren. Stellt mir einfach eure Fragen. Ich nehme dann ein Video auf, in dem ich diese Fragen beantworten werde und ihr könnt das machen bis zum nächsten Sonntag. Einfach hier unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr schon immer so von mir wissen wolltet über Bundestag, über Digitalisierung, über Hobbys oder Haustiere. Also solange es halbwegs anständige Fragen sind, werde ich sie euch beantworten. Nächste Woche irgendwann findet ihr hier im Kanal die Antworten auf eure Fragen. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.